Oh, moin! So sieht's aus, meine Freunde! Ich hab richtig Bock. Macht einfach wirklich Spaß. Ich find's echt toll, dass wir hier sein dürfen. Immer was ich sage, brüll dir nach. Willkommen hier im Ayo! Bock? Ich hab richtig Bock hier. Ja, ich fand Spaß. Das Feuer ist da. Jetzt können wir uns aufhören. Ich hab' aufhören. Ich hab' im Hintergrund war's. Bis zum nächsten Mal.